immer noch ist es Nacht und immer noch sind wir allein und immer noch sind wir wieder dabei bei Let's Play Minecraft äh Minecraft ich bitte schon so Minecraft Let's Play Cubeland Cubord Cubord Land Cubord Minecraft Land und so'n Zeugs weißt Bescheid ich hab' meinem kleinen Hobbit da ist mir gar nicht reiten gell ich hab hier was hab ich jetzt gespielt 4 auf den Hammer 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 dann würde ich sagen wir starten gleich mal durch wo wollte ich denn hin hatte ich irgendein Katakombs of Duelan ja dann machen wir mal los der Wolke und so und der Wettbewerb hat noch keine Zeit ich werde es wahrscheinlich wenn ich wenn ich es schaffen sollte jetzt mit der Aufnahme ich weiß nicht wie lange die geht werde ich jetzt wahrscheinlich ein paar längere Folgen machen ich möchte aber nichts versprechen Default Ruler in der Katakombs of Duelan haben man das schon mal probiert macht gemacht probiert hier ich weiß es gar nicht ob ich schon mal reingerannt bin in meinem wahnsinnigen ich wahnsinnige die sind echt fies die Dinger Piss dich au du tust mir weh nein verschwinde böses Tier sei ein braves Skelett und geh zurück in deinen Sarg BAM Juhu ähm hier ist nichts schon stopp 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 böse 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 vor pork burn platz mich ohne verdammt das habe ich niemals habe ich nichts zu beilen dabei super beschisste rollen habe ich dabei klasse großes kino das habe ich dann letzte aufnahme fabriziert 8x11 und dann wo sind die katakomben da sind die katakomben und ja toll was habe ich dann letzte aufnahme fabriziert ich habe ich habe blumen ich habe aber keine glasflaschen ich habe auch pilze und jetzt habe ich auch ich brauche also nur ein lagerfeuer was ich da hinten habe okay dann kann ich mir wenigstens ein paar spiele spieße machen und damit legen wir dann saftig los oder ich überlege ob ich irgendwo noch schnell level machen können aber ich glaube eher weniger so extra ist hier kommen wir können auch noch ging sing super machen und dann klappt das auch alles dann machen wir uns hier noch ein paar die mafels brauche ich nicht unbedingt und wir springen hier munter fröhlich runter mutter und dauerndaum hoch soll das ich glaube die her und finde schon wieder so eine witsch eine hexe nicht zu wechseln mit witsch das ist der weltfrieden bis daher bamm 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 stürb 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 das ist nichts okay und ahnen ist nicht einmal ja ich hasse dieses geläte dem scheiß ich habe mal schnell dahin trick durch 18 selbst vor und von euch macht doch an meinem riesenholz knüppel kannst du mal wenn er verstehst verschmeine ist nichts da ja 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 hilfe ja mein gott und steht ich finde es crazy crazy frock da haben schon mal acht punkte dazu verdient ich würde ja gerne noch mal 14 level bekommen damit ich was ist denn das dahin auch ich dachte ist irgendwas stopp halt herkommen es ist 12 uhr okay ich sei beschlafene runde damit sagt aber was dauert so lange du fröhliches doppel level doppel xp sein fröhliches doppel xp ich suche nach fröhliche doppel xp hier ist sonst nichts mehr wo ging seng sang was für ein wohltat da hinten ist auch nichts okay dann schauen wir mal hier weiter ob hier doch irgendwas ob das will ich ich bin abgrundtief gestürzt so tief war ich noch nie im leben ich will nach oben die karriere berg nach oben steigen sie ganz leiter ist vom berg siehst du doch so hier ist auch nichts kann ich irgendwo noch ein vieh sein also als das spart kriege was man so drei vier xp gibt nö gön das jetzt einfach weil ich es ist okay okay habe ich hier gefunden stirb doch einfach juhu hat drei xp gebracht daumen sind noch mehr sehr schön die wow bin ich jetzt höhe eisen mag ich gerne hier oben ja die musik wer es mitbekommen hat aber ich denke mal das ist kaum zu beurte dass die musik im hintergrund läuft einfach um die atmosphäre noch ein bisschen zu lockern um die blockige atmosphäre ein bisschen runter zu gestalten ich weiß es gibt mir sechs ich glaube ich jetzt hier raus hallo ist leuchtet ich habe keine ahnung ich weiß nicht mehr wo ich bin ja war ich schon ich habe mich glaube ich in einer schlucht verlaufen das büscher aus das hausgang ja ich bin frei wo nicht mehr bei den kater konnten ich will eigentlich den kater konnten am besten aufstelle genau wieder ein tätig will schon getan ich bin ein held manchmal ich sehe aber auch überhaupt nicht dass ich krass die nacht hier das hätten müssten sie wohl obwohl es ist an sich schon ziemlich cool dass man nicht sieht also rennt damit unser wirklich zu beleid pick aber da muss man ganz kurz zu meinen level herhalten dankeschön und dann würde ich sagen blub blub wir können jetzt den taifun juhu dann dreht man sich für mich ganz schnell und das werde dann auch noch sehen das ist ganz lustig den habe ich auf einem level 30 charakter habe ich ja noch über 20 erforscht der ist ganz cool aus dass da wir die müssten jetzt eigentlich gleich kommen die kann da kommen das große dinger soll so erst mal jetzt bevordan disregkte richtig regiert juhu 10 x puds hätte ganz schön bad ich muss nochmal ein spieß Southernwall sonst komme ich da nicht eben durch ich könnte allgemein wahrscheinlich nicht leben durch aber left over plus 250 achte beide bühne okay dann wagen wir es mal wer nicht wagt der nicht gewinnt hier war doch jetzt irgendwo feind ist eine wand aber 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 zu viele feine zu viel was mich raus was hat sich ja dass da noch eingeengt wirst was nein lasst mich lassen mich in ruhe nein nein schaffst du es schaffst du es ich glaube nicht ich habe das oh mein gott ich habe es geschafft so habe ich gar nicht mehr gerne 20 gold habe ich überhaupt schon kleid und sowas gekauft sie sind ja eigentlich habe ich nicht was bist du denn habe ich irgendwas interessantes für mich gefunden nein nein ich habe jetzt schon mal geguckt alles gern dann gehen wir nach unten und schau mal was ist hier noch so alles ein kreaturen der finsternis gibt die nur darauf warten von uns gekillt zu werden oder uns zu killen je nachdem ok 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 kommt her los kommt her komm schon stop 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 nein ich bin tot gibt es nicht das gibt es nicht ich bin gestorben neuliche wieder gehen wir noch mal zurück aber sie ganz gut vorangekommen ist eigentlich bis dahin ich gucke nur ob hier irgendwo eigentlich hatte ich vorhin eine flasche mit trinken stehen aber die wurde mir anscheinend entbendet und ich werde wahrscheinlich ohne trinken jetzt nicht mehr lange durchhalten deswegen werde ich wahrscheinlich meine aufhörer pause machen und was zu trinken holen dann bin ich in einer sekunde wieder da deswegen werde ich aber noch mal ganz schnell zu den ganzen und dann geht's los ich will mehr sehen oh mein gott ich will mehr sehen ähm lalalala kater kommt mein gang hier ok bis gleich bis bis Vielen Dank.